Wenn ich euch sage, dass ihr über 600 Euro sparen könnt, ihr wärt doch nicht blöd und würdet sagen, nein, ich zahle das gerne, oder? Eben. Und genau deshalb habe ich jetzt die Ehre, ein richtig geiles Projekt vorzustellen, bei dem ihr von Anfang an dabei sein dürft, alle Infos kriegt, jederzeit Bescheid wisst und voll profitiert. Worum geht's? Viele von euch wissen, dass es den Alpen Academy Discord Server gibt. Auf dem gibt's immer viel Austausch über das Bergsteigen und diversen Blödsinn und vor einiger Zeit kam uns eben dabei ein Gedanke. Hardschalljacken für den Alpinismus, Hochtouren, Bergsteigen und Co. sind verdammt teuer. Also richtig teuer. Dabei rede ich vor allem von diesen dreilagigen High-End-Produkten. Da gibt's Jacken für 700 Euro oder sogar 750. Und das ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, eine unglaubliche Summe Geld für eine Jacke. Aber warum sind die eigentlich so teuer, wenn die nicht mal Krebs halten können? Genau dem wollen wir, das bin einmal ich und einmal ein großartiges Community-Mitglied, jetzt nicht nur auf die Schliche gehen, sondern vor allem wollen wir die eigene Alpen Academy dreilagige Hardschalljacke anbieten können. Und zwar nicht für 700 Euro, auch nicht für 600 Euro, auch nicht für 400 Euro, sondern für 130 Euro. Damit wäre das die günstigste, und zwar mit ganz viel Abstand, die günstigste dreilagige Hardschalljacke der Welt. Und nur damit wir uns nicht falsch verstehen, wir kaufen jetzt nicht irgendeinen billigen China-Scheiß und wollen ihn hier mit fettem Profit verkaufen. Wir sind wie immer mit Fokus auf euren Nutzen unterwegs. Das bedeutet, dass wir erstmal ein Sample bestellen wollen, um die Qualität zu überprüfen. Denn schließlich sprechen wir hier davon, dass wir hier 20.000 Millimeter Wassersäule erhalten. Und das will natürlich auch überprüft und getestet werden. Vom Aufbau her soll es also eine Nylon-PTFE-Nylon-Konstruktion sein. Das heißt, bevor ich euch irgendeinen Scheiß andrehen will, gibt es erstmal diverse Härtetests. Und wir wollen vorher belegen, dass all die Infos der Fabrik auch tatsächlich stimmen. Eine Beispieljacke, also ein Sample zu bestellen, kostet uns, ja eben logischerweise auch der Fabrik, leider nur deutlich mehr. Deshalb hatten wir nun einer meiner Meinung nach sehr coole Idee für ein Community-Projekt. Wie ihr hier im Angebot sehen könnt, brauchen wir rund 430 Dollar für eine Samplejacke. Diese 430 Dollar sind Stand heute ungefähr 354 Euro. Das ist eine ganze Stange Geld. Und da auch ich gerade keine 354 Euro auf der Kante für eine Jacke liegen habe, haben wir uns gedacht, dass wir daraus ein cooles Community-Projekt machen könnten. Die Idee ist es also, dass wir als Community zusammen ein Sample-Crowd fanden, also gemeinsam finanzieren, weil wir am Ende auch gemeinsam profitieren sollen. Und wenn das Sample angekommen ist, können wir die Jacke testen, ausprobieren, auseinandernehmen, wie auch immer. Alles natürlich in Videoform, damit ihr zu 100% transparent das alles auch nachvollziehen könnt. Wenn das Sample perfekt ist, dann kommt Schritt 2. In Schritt 2 könnt ihr für die Selbstkosten eine dreilagige Jacke mit 20.000 mm Wassersäule und wasserdichten Reißverschlüssen und Hochtouren-tauglichem Aufbau vorbestellen. Selbstkosten. Das bedeutet keine 500 Euro für eine Marke zahlen. Das bedeutet keine Kosten für Marketing, Logistik, was auch immer. Das bedeutet ausschließlich den Preis der Jacke und den des Versands zu bezahlen, was unterm Strich bei ungefähr 130 Euro auskommen sollte. Und 2-3 Euro Abweichung müsst ihr mir dann jedoch leider verzeihen. Wir sind noch nicht ganz sicher, was der Versand letztlich tatsächlich kosten wird. Aber das Ziel ist es, diese Jacke dann eben als günstigste dreilagige Hochtouren-Hardshell-Jacke der Welt im Shop zu verkaufen. Zum Selbstkostenpreis. Ich wiederhole es. Ich will mich daran nicht bereichern. Auch das großartige Community-Mitglied, das hier das Arrangement mit dem Zoll und der Fabrik gemacht hat, will kein Millionär werden. Denn wir wollen der Community, also euch, die Möglichkeit geben, die höchste Qualität weltweit zum niedrigsten Preis zu kriegen. Um das Sample zu finanzieren, brauchen wir also unterm Strich auch eure Unterstützung. Ihr müsst nicht 100 Euro spenden, auf keinen Fall. Es geht um einen Kaffee. Und dieser Kaffee geht nicht in meine Tasche, steckt auch nicht in meiner tollen YouTube-Villa, sondern ausschließlich in der Finanzierung dieser Jacke. Wichtig, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, geht bitte unbedingt über den Link in der Videobeschreibung auf meine Homepage und lest euch da nochmal die Möglichkeiten zur Unterstützung des Projekts durch oder spendet direkt an die hier eingeblendete Bankverbindung. Das Wichtigste ist nämlich, dass ich diese Einnahmen für den Kauf von anderen Einnahmen trennen können muss. Also bitte unbedingt in den Betreff, Referenz, wie auch immer reinschreiben, Projektjacke. Das ist extrem wichtig, da ich es sonst nicht vernünftig trennen kann. Diese Prozesse werden auf der Homepage alpenacademy.at zu 100% transparent dokumentiert. Ihr seht, wie viel Geld ich bereits erhalten habe, ihr seht, wie viel Geld wir noch brauchen, ihr seht den Stand der Dinge und so weiter. Alles ist zu 100% einsehbar und transparent. 350 Euro brauchen wir insgesamt. 3,50 Euro von 100 Personen wären das beispielsweise. Aber ein paar Mitglieder der Community, wahre Freaks des Alpinismus und auch ich selber, haben sich bereit erklärt, 50 Euro oder mehr jeweils auf den Tisch zu legen, weil dieses Projekt definitiv eine kleine Revolution am Markt sein könnte. Und das ist es uns am Ende definitiv wert. Das bedeutet, diese Summe wird dann schon mal eingebunden im Counter. Ergo, ihr seht dann live auf der Homepage, wie viel Geld noch fehlt. Aber, weil ich zu 100% transparent sein möchte und ihr über alles Bescheid wissen sollt, möchte ich euch nichts vorenthalten, was das Risiko betrifft. Die 350 Euro fürs Sample sind nach der Bestellung des Samples weg. Dann warten wir wahrscheinlich ein paar Wochen auf dieses Sample. Der Zoll meinte schon, dass es hier keine Probleme geben wird. Insofern sind wir von der Seite aus ziemlich sicher unterwegs. Aber es kann natürlich sein, dass das Sample nicht den qualitativen Erwartungen entspricht. Ich werde die Jacke mit dreilagigen Konstruktionen von mir vergleichen. Ich werde unimprägniert vergleichen, imprägniert vergleichen. Ich werde die Robustheit vergleichen und so weiter. Wenn die Jacke qualitativ nicht dem entspricht, was wir uns erwarten, dann werden wir sie nicht verkaufen. Und sie wird nicht im Alpen Academy Shop auftauchen. Allein schon deshalb, weil ich euch nicht verarschen will und euch nur höchste Qualität anbieten möchte, nichts Geringeres. Am Ende des Tages könnte es also sein, dass ihr 3,50 Euro für ein paar witzige Testvideos mit der Jacke ausgegeben habt, aber letztlich keine Jacke auf den Markt kommt. Das kann sein, aber aktuell sind wir da allesamt sehr zuversichtlich, weil wir lange die Seriosität der Fabrik überprüft haben. Zur vollen Transparenz gehört natürlich auch, dass ihr da einen entsprechenden Einblick habt in den Prozess. Deshalb findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu allen Dokumenten, die bisher eingeblendet wurden und mit dem Prozess der Bestellung und der Info letztlich auch zu tun haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, und da bin ich ganz ehrlich zu euch, dass die Spende in einem Sample verendet, das den Erwartungen nicht entspricht. Das beste und aktuell auch wahrscheinlichste Szenario ist aber, dass wir durch diese Aktion den Marken dieser Welt den Finger zeigen können. Welchen dürft ihr euch jetzt aufsuchen? Und außerdem kriegt ihr eine Jacke für Hochtouren, fürs Bergsteigen, für Skitouren und so weiter. Und um nochmal ganz deutlich das zu sagen, der Schritt 2, also wenn das Sample in Ordnung ist, ist dann ein ganz normaler Online-Kauf, eine ganz normale Bestellung mit allen Rechten und Pflichten von Käufern und Verkäufern. Wir reden also hier nicht von irgendeinem Schattenbusiness, wir reden auch nicht von der 10.000 Euro garantiert WhatsApp-Gruppe, sondern jede Info kann zu jeder Zeit offengelegt werden. Es gibt keine Fragen, die unbeantwortet bleiben. Wenn ihr Zweifel, Fragen oder sonstiges habt, schreibt sie in die Kommentare. Alle Infos nochmal findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung unter dem Link zur Jacke. Ihr könnt auch gerne Mails an kontakt.alpenacademie.at schreiben und ihr könnt auch gerne auf Instagram Fragen dazu stellen und so weiter. Ich will zusammen mit der Community als großes Ganzes aus dem profitorientierten Bergsport einen gemeinnützigen Bergsport machen. Lasst uns dieses Projekt zusammen angehen und hoffentlich bald am Markt eine Bombe einschlagen lassen. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir brauchen rund 350 Euro für diese Jacke. Auf der Website seht ihr einen Counter, wie viel Geld uns noch fehlt. Wollt ihr dieses Projekt unterstützen, dann könnt ihr das ganz einfach über eine Spende an die Bankverbindung oder unter den Informationen auf der Homepage bei alpenacademie.at finden. Das Geld fließt zu 100% in die Bestellung dieser Jacke, also in die Bestellung dieses Samples, um dieses Sample dann wirklich studieren zu können und daraus schließen zu können, ob wir in der Masse solche Jacken verkaufen können. Wenn ja, wenn alles klappt und gut geht, dann gibt es diese Jacke bald erhältlich im Alpenacademie Shop zum Selbstkostenpreis. Uns ist die Transparenz dieser Aktion wichtig. Es ist ein seriöses Projekt und wir möchten euch nicht damit abzocken oder sonst was, sondern ich glaube, dass wir hier ein ganz, ganz großes Zeichen für Gemeinnützigkeit und für die Allgemeinheit setzen können und gegen das Marketing von Marken, die euch eigentlich großteils nur Lügen erzählen. Insofern unterstützt dieses Projekt gerne. Wir möchten damit eine kleine Revolution anzetteln und ich glaube, dass das richtig, richtig cool werden kann, wenn euch die ganze Sache zusagt. Es freut mich wirklich, wenn ihr das unterstützt. Ich halte euch regelmäßig auf dem Laufenden auf der Website. Vielleicht gibt es auch immer wieder mal ein Video dazu. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben oder eben in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich bin ziemlich aufgeregt, ob dieses Projekt wirklich so funktionieren wird. Bis zum nächsten Mal. Bergheim.